In diesem Video schauen wir uns mal die Farbkorrektur an. Die Farbkorrektur verwende ich meist bei einzelnen Farben, die mir so in der Farbabstimmung noch nicht gefallen. Die markiere ich dann und dann werden sie für andere Farben ersetzt, übertreibt das Ganze nicht. Ich zeige euch die Vor- und Nachteile, wie das Ganze funktioniert und was man damit noch kann. Wäre schön, wenn du jetzt den Daumen hoch drückst für das Video, wenn es dir gefällt. Abonnier doch gerne den Kanal und jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Video Deluxe 2023 kannst du natürlich genauso in allen anderen Video Deluxe auch machen. Wie weit es einfach vorne geht, kann ich dir jetzt aktuell nicht sagen. Also in der Version 20, 21, 22 ist auf jeden Fall auch schon möglich. Wir finden das Ganze dann unter Effekte und wählen dann hier unter Video Effekte den Reiter aus, drücken hier auf die Farbkorrektur. Wir selektieren den Clip unserer Wahl, wo wir das Ganze anwenden möchten und schon haben wir dieses tolle Fenster. Farbkorrektur. Hier oben sind die drei Punkte. Wie immer können wir Video Effekte laden, speichern, zurücksetzen, kopieren. Also wenn ihr da mal was macht, dann könnt ihr da einfach auch das Ganze dann speichern. Ich zeige euch das nochmal am Schluss, genauso wie die Effektmaske laden, um das nur auf einen bestimmten Bereich anzuwenden. Modus für Vordergrundauswahl. Wir müssen natürlich erstmal selektieren, um welche Farbe es sich handelt, die wir korrigieren wollen. Das bedeutet, wir können hier keine Änderung anklicken, dann können wir aber so auch nichts ändern. Wir können hinzufügen oder abziehen. Bei hinzufügen wählen wir jetzt mal eine Farbe aus, die wir wollen. Dazu wählt ihr in eurem Videoclip eine gute Stelle aus, wo ihr alle Farben oder die Farbe, die ihr auswählen möchtet, am besten seht. Ich nehme jetzt mal hier zum Beispiel, sieht man da relativ gut. Dann nehme ich hinzufügen und wähle dann mein Gelb aus. Ich drücke einmal auf die Farbe. Jetzt seht ihr schon, dass dieser Farbton ausgewählt wird, aber natürlich nur in seinem reinen Farbwert. Das heißt, hier ist etwas dunkleres Gelb und etwas helleres Gelb. Und jetzt muss ich natürlich aufpassen. Ich kann hier immer noch hinzufügen oder halt abziehen. Hinzufügen drücke ich jetzt nochmal auf Gelb, auf den Punkt, den wir jetzt noch nicht haben. Ihr könnt die ganze Zeit auch reinzoomen, indem ihr Steuerung und Mausrad dreht. Und wenn wir jetzt weiter hier etwas dazu nehmen, dieses Gelb, dann wird es kritisch, denn die Hauttöne und die Haartöne sind ähnlich von dieser Farbe. Wir können jetzt das Ganze nochmal rückgängig machen mit Abziehen oder Doppelklick drauf, dann haben wir auch Vollbild. Also da müsst ihr vorsichtig sein, wie ihr das Ganze macht. Ich empfehle nicht weiter als hierher zu gehen und dann schauen wir uns das einfach mal an, wie das funktioniert. Da unten haben wir die Ebene, da könnten wir jetzt im Masterprogramm, wenn wir draufklicken, hier die Farbe unseres kompletten Videomaterials ändern. Das bedeutet einmal den Farbwinkel. Das ist der Winkel hier in diesem Kreis. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier 90 Grad eingebe, dann geht der Zeiger von oben 90 Grad hier rüber. Warum auch immer im Gegenuhrzeiger sind. Und dann wären wir hier eher im grünen Bereich. Die Korrekturstärke ist die Stärke der Farbe, je nachdem wie stark ich das will, umso weiter geht er in meiner Farbe weiter hinaus. Umso weiter ich hinausgehe von der Stärke, umso grüner wird das Ganze in ihrer Stärke. Dann haben wir die Sättigung. Die Sättigung, jetzt seht ihr schon hier, Lila ist komplett übersättigt. Von der Farbe her, wenn ich jetzt hier noch grüner mache, dann kann ich eben ein leichtes oder auch schwarz-weiß machen. Aber jetzt nochmal zurück. Wir wollten ja nicht das ganze Bild machen, sondern nur den Bereich, den wir ausgewählt haben, über hinzufügen. Und deswegen gehen wir hier dann auf Vordergrund. Wir gehen nochmal alles zurück in der Farbauswahl. Machen hier nochmal auf diesen Balken mit X, um alles zurückzusetzen. Wählen dann hinzufügen aus. Wählen nochmal hier unsere Farbe aus. So gut es natürlich geht. Und wählen dann hier Vordergrund. Im Vordergrund können wir jetzt direkt die Farbe ändern von unserem Objekt. Achtet darauf, dass ihr da nicht zu viel macht, weil sonst habt ihr die Haare mit drin. Da müsst ihr jetzt auf jeden Fall einmal ein bisschen rumprobieren, wie es bei euch am besten passt. Das ist ja auch von Video zu Video unterschiedlich. Aber so finde ich schaut es schon ganz gut aus. Man sieht natürlich hier am Rand, dass hier noch ein paar Abweichungen sind. Aber das ist der Übergang, genauso wie die Reflexionen vom Schal. Das ist jetzt gar nicht so schlimm, wenn man nicht weiß, dass es geändert worden ist. Wir können hier natürlich so alles einstellen. Wir können jetzt aber auch separat den Hintergrund noch verändern. Also alles außer die Auswahl, die wir vorgenommen haben. Und wir können natürlich auch das Ganze mit Ebenemasken, Effektmasken laden. Das bedeutet, wenn ich hier eine Effektmaske lade, dann können wir hier natürlich nur einen bestimmten Bereich auch machen. Den wir dann zum Beispiel unter Bunt machen. Da könnt ihr mal ein wenig rumprobieren, wenn ihr da genaueres wissen wollt, wie man zum Beispiel mit einer Effektmaske tolle Sachen hier generiert. Dann sagt mir mal Bescheid, denn da kann man auch ganz coole abstrakte Videos machen. Ansonsten könnt ihr dann euren Bereich hier natürlich oben auch wieder speichern unter einem bestimmten Pfad. Oder dann natürlich auch laden oder kopieren. Das ist ja euch überlassen. Ich hoffe, ich konnte euch das richtig gut erklären mit der Farbkollektur. Damit könnt ihr natürlich auch einen Sin City Effekt anwenden. Schaut einfach mal bei mir in die Playlist. Da habe ich schon vor ein, zwei Jahren ein Video dazu gemacht, wie man einen Sin City Effekt anwendet. Ansonsten sagt es mir in die Kommentare, wenn das nicht mehr up to date ist und ich dazu ein neues Video bringen soll. Würde mich freuen, wenn du das Video mit einem Daumen nach oben begleitest. Und dann freue ich mich natürlich am allermeisten, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.